Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, lässt sich Lebensangst durch Philosophie auflösen? Das ist der Versuch einer sehr vorläufigen Antwort. Schritt 1, wovon ist eigentlich die Rede Lebensangst als Stimmung? Einem normalen, gesunden Menschen, schreibt der russische Autor Anton Tschechow, scheint es, als verstehe er alles, was er hört und sieht. Ich aber habe dieses Scheint verloren und vergifte mich von Tag zu Tag mit Angst. Es gibt eine Krankheit, die Platzangst. Ich aber kranke an der Lebensangst. Wenn ich im Gras liege und lang einen Käfer betrachte, der gestern erst geboren wurde und nichts versteht, dann kommt es mir vor, als bestehe sein Leben aus einem fortgesetzten Schrecken und ich sehe in ihm mich selbst, in diesem hilflosen Käfer. Hier geht es um ein Leiden, Lebensangst an der Gesamtunverständlichkeit des Lebens und auch an der Schwere und am Schrecken des Lebens. Und dann geht es um die Neigung, die ganze Welt als bedrohlich und sinnlos zu beurteilen, also die Stimmung und das Urteil. Achtung, Lebensangst kann aber auch andere Ursachen haben, zum Beispiel Folge von Traumatisierungen sein oder durch psychische Krankheiten ausgelöst werden. Dann kann eine Psychotherapie helfen, Philosophie kann nicht helfen. Schritt 2, Lebensangst als vermeintliche Erkenntnis über die Welt. Zum einen fliehen die Gedanken gleichsam ins große Ganze bei dieser Lebensangst. Die Gedanken fliehen und überspringen dabei die unmittelbar vorhandene Umwelt. Ein Teil des Quälenden besteht hier sicher genau darin, dass die Gedanken und das Urteil über die Welt nicht im Hier und Jetzt bleiben können. Und zum Zweiten ist auch auffällig, dass dem Gefühl fast blind vertraut wird, nämlich vertraut als einer gültigen Auskunft über die Welt. Das Gefühl ermöglicht offensichtlich den Zugang zur Wahrheit, so scheint es uns. Es hat das letzte Wort, diese Stimmung der Lebensangst. Auffällig ist A, dass die Lebensangst aufs Große und Ganze geht, auf die Welt insgesamt. Selbst wenn wir unseren Alltag meistern könnten, würde die Angst bleiben. Und B, dass wir es für möglich halten, dass unsere private Stimmung die Wahrheit über die Welt sichtbar macht. Schritt 3, wir können den Schluss, das Schließen also von der Stimmung Lebensangst, auf das Urteil über die Welt, nämlich die Welt ist schrecklich, verweigern. Das ist also eine erste philosophische Maßnahme gewissermaßen. Stimmung zum Beispiel Lebensangst ist nie erst die Folge und Begleiterscheinung unseres Denkens, Tuns und Lassens, sondern grob gesprochen die Voraussetzung dafür, das Medium, darin erst jenes geschieht. Also erst kommt die Stimmung und dann kommt die Erschließung der Welt, so sagt es Martin Heidegger. Die Stimmung erschließt uns überhaupt erst die Welt, manchmal scheint uns die ganze Welt gut, dann wieder ganz schrecklich. Stimmung und Bedeutungswelt sind also gleichen Ursprungs, das heißt immer gemeinsam da. Und diese scheinbare Erkenntnis über das Ganze ist eigentlich nicht objektiv. Und deswegen können wir den Schluss von der Stimmung Lebensangst auf die Wahrheit über die Welt bewusst verweigern. Die Angst bleibt vielleicht, doch sie liefert dann keine wahre Erkenntnis mehr. Wie die Welt wirklich ist, so würden wir dann sagen, das wissen wir gar nicht. Mit unserer Lebensangst müssen wir irgendwie klarkommen, aber das daraus entstehende Urteil über die Welt, nämlich dass die Welt bedrohlich ist, das können wir, so gut es geht, einklammern. Wir können zudem die Forderung verweigern, Philosophie solle unsere Lebensangst durch ein positives Weltbild widerlegen. Denn das könnte ja eine Forderung sein, die wir haben, dass wir ein positives Weltbild angeboten bekommen, das unsere Ängste löst. Aber das funktioniert nicht. Um diese ganze Problematik des verlorenen Weltvertrauens aufzulösen und eine Antwort auf das Problem der Angst und der Sinnlosigkeit zu geben, müsste Philosophie die Welt gewissermaßen als gut beweisen. Sie müsste in einem stimmungsunabhängigen Big Picture das Ganze der Welt auf eine Art und Weise zeigen, dass sich das Gefühl der Angst und der Sinnlosigkeit in sein Gegenteil wendet. Kurz, Philosophie müsste als Ideologie, als positive Ideologie auftreten. Philosophie kann Lebensangst nicht wegerklären, denn dazu müsste sie ein geschlossenes, positives Weltbild entwerfen, und das wäre eine Ideologie. Wir können die Forderung verweigern, Philosophie solle die Lebensangst widerlegen. Stattdessen kann uns Philosophie dabei helfen, den Schluss von unserer Stimmung auf die wahre Erkenntnis über die schreckliche Welt zu verweigern. Doch das ist nicht alles. Das Wesentliche kommt jetzt im Schritt 5. Philosophie kann eine Haltung im Alltag anbieten, welche dabei helfen kann, uns von der Stimmung Lebensangst zu lösen. Und hier folge ich meinem Lehrer und Doktorvater Gernot Böhme. Zunächst das Dasein, das leibliche Sein im Hier und Jetzt. Die Aufgabe ist nicht, sagt Böhme, das Dasein zum Bewusstsein zu bringen, aufzusteigen zu einem höheren Bewusstsein, sondern eher dieses höhere Bewusstsein, was wir ständig in uns tragen, wieder zu erden, also zum Dasein zurückzuführen und uns leiblich im Hier und Jetzt aufzuhalten und uns zu verankern. Das zweite Aspekt dieser Haltung ist die Wahrhaftigkeit der eigenen Existenz, nicht nur Wahrheit von Sätzen. Ob man eigentlich glaubt, was man sagt, ob man mit dem Gefühl bei der Sache ist, ob man bei einer Geste oder einer Handlung keinen Hintergedanken hat, das ist eine Haltung, die Haltung der Wahrhaftigkeit, die uns auch gegen die Lebensangst helfen kann. Und schließlich die moralische Existenz. Man kann also sagen, dass die Lösung darin besteht, sich mit dem Entwurf der eigenen Lebensform selbst für die moralische Weltordnung einzusetzen. Also für die bessere Welt, die wir nicht mehr befürchten müssen, können wir uns engagieren. Diese philosophische Haltung verwurzelt uns im Hier und Jetzt, sie holt die entfliehenden Gedanken zurück. Und sie orientiert sich an einer Wahrheit, die uns unabhängig von Angst macht, so gut es geht. Denn diese Wahrheit bleibt trotz Angst und trotz schrecklichem Welterleben dennoch richtig. Zur Take-home-Message. Nein, das ist nicht möglich, dass uns Philosophie von Lebensangst befreit, wenn Traumata oder psychische Erkrankungen Ursache für Lebensangst sind. Aber ja, das könnte möglich sein, wenn es sich handelt um ein Leiden an der Gesamtunverständlichkeit und an der Schwere und am Schrecken des Lebens und um die Neigung von dieser Angst auf eine Erkenntnis zu schließen. Philosophisch können wir den Schluss von der Stimmung der Lebensangst auf die vermeintlich objektive Erkenntnis über die Welt verweigern. Das kann uns schon ein wenig erleichtern. Philosophisch können wir dann zweitens eine Haltung im Alltag annehmen, welche dabei helfen kann, uns von der Stimmung Lebensangst zu lösen. Ich habe genannt Dasein im Hier und Jetzt, Wahrhaftigkeit der eigenen Existenz und eine moralische Existenz, die sich für die bessere Welt engagiert. Lässt sich Lebensangst durch Philosophie auflösen? Ich habe euch einige Aspekte einer möglichen Antwort präsentiert. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Bis zum nächsten Mal.